Willkommen zurück zu Magica, mit dabei der Amiga Link, Hallöchen, die Luri, Hi bei mir leckt's voll, und der Lariot, Hi hallo, Luri warum leckt es denn bei dir, ich weiß es nicht, nein, jetzt geht's wieder, nein, es leckt, ich hab doch gar nichts vor, ja, 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 ich trau dir nicht, es leckt, 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 es leckt an wem? Nicht an mir zumindest, das ist ja gut, das würde ich merken, ja, bei mir ist alles gut, ja, aber das ist blöd, das heißt, ich muss ganz kurz unterbrechen, Willkommen zurück zum Magica, unter anderem mit dabei, die Luri, die jetzt tot ist, der Amiga Link, der die Luri getötet hat, und der Lariot, der ganz unschuldig daneben steht, ja, genau so wie immer, hallo, und, naja, so muss es halt sein, das habe ich jetzt davon, ja, Oh Gott, bitte, was, nein, wir sind durch Spacken, wirklich, das ist unglaublich, noch dazu kann ich mich nicht heilen, ich hasse euch, wie die Pest, wirklich, warum mach ich das da? Ja, was musst du auch so Stargate-Fuzzi nehmen? Stargate-Fuzzi? Ja, ist doch wahr. So, hier, nimm die Heilung, die du nicht kriegen kannst, oder auch nicht. Das war Amiga Link. Nein! Doch, warst du. Ich wollte dich treffen. So, oh. Hey, schon wieder jetzt, was ist'n mit euch? Ich war das. Ich wollte dich gerade heilen. Wir haben unseren Spaß. Ja, aber das kannst du ja klicken, man kann sie nicht heilen. Ich kann nicht, ich kann nicht geheilt werden, deswegen bin ich auch immer so krank. Ach, da sie ja. Feinde! Ach so, da! Hol da! Ach da! Mehr Feinde! Immer schon Blitzdingen! Ohoho! Wir spielen bei einem Black! Wir Blitzdingen! 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 Bamm! Aua! Oh, ich bin ganz rausgeflogen! Ich bin tot! Sieht ganz rausgeflogen! Das Spiel hat sich komplett zugemacht! Oh, das ist nicht schön! Das ist wirklich scheiße! Müsst du mir jetzt wieder aufhören? Jo! Ja! Oh, ich... Schaut mir mal zu, bitte! Ich hab voll den Run! Die sind alle in meinen Umlauf reinger... Ja, du hast mich getötet! Ja, das tut mir aber nicht leid! Es sind so ziemlich alle tot! So, gut, dann werde ich die Verbindung jetzt unterbrechen! Du bist jetzt auch tot! So, ja, das kann sein! Für Sie! So, dann machen wir das noch mal zu! Ja, Larion, was geht denn bei dir? Das böse Spiel? Du armer! Jetzt, ne? Erst die Lorien, jetzt die Larion! Ja! Florian! Willkommen zurück zum Magiker! Mit dabei, die Lohi! Hi! Die sich wild im Kreis dreht! Der Amiga-Link, der schon den nächsten Zauber vorbereitet! Wir scheißen Amiga-Link! Ja, der sich gerne in Sicherheit begeht hier! Sehr gescheit! Larion, du bist so intelligent! Amo! Ich hab die Gefahrenquelle bezeichnet! Das ist echt arg! Bitte Kanda! Ich wollte nur sicher gehen, dass ich mich wieder als erstes stelle! So! Mammut! Mammut! Ich wollte schon Mario sagen! Was? Mario? Nein! Wollte ich nicht sagen! Ich kenn gar keinen Mario, da fängt's schon mal an! Doch, du kennst Super Mario! Ja, eh! Das wollte ich doch gar nicht nehmen! Ach, egal! Ja, das ist für meinen Stab! So! Gut! Ja, gehen wir da jetzt vor! Oh, Alter! Oh mein Gott! Das haben wir ja noch nie gesehen! Nein! Ganz neu! Ahhhh! Ich hab grad Lieferung aus Deutschland gelesen! Sie kriegen mich! Ja, ich bin tot! Und wieder! Es waren einfach zu viele! Es waren einfach zu viele! Und wo bin ich denn jetzt wieder? Nein! Ich töte nicht sinnfrei in die Wache! Äh, könntest du dich nählen oder was kannst? Ach, hier, da bin ich! Konzentrieren! Was da jetzt? Ohhhh! Geh weg! Ab du Vieh! Oh, scheiße! Ich bin tot! Ich hab grad 5.000 Leute wiederbelebt! Ich weiß auch nicht! Da! Geh weg! Ich bin tot! Oh! Was ist das? Oh Gott! Ich will gar nicht wiederbelebt werden! Spiel dir nur rein! Hahaha! Ich werd da grad verfolgt! Ah! Ich bin noch immer tot! Noch ein Blitz ist drauf und ist tot! Da bist du! Aua! Ich bin raus geflogen! Oh nein! Ja! Wie kommt das denn heute? Ähm! Keine Ahnung! Das gibt's nicht! Ich hab schon wieder einen Run und du fliegst schon wieder raus! Ahhhh! Scheiße! Scheiße! Das war mal ein kleiner Vorgeschmack auf die heute erscheinende Magica Folge! Wir hatten da ja ein paar kleine Probleme, die ihr jetzt gesehen habt und ich wollte sie euch nicht vorenthalten! heute 18 Uhr auf allen teilnehmenden kanälen! Also Mammut, das Lori, Larion in Merdel und bei mir! Rechts oben seht ihr jetzt gerade Portal Custom Coop! Mit einem Klick darauf kommt ihr zur Playliste! Rechts unten seht ihr ein altes Projekt von mir! Evoland! Nettes kleines Spielchen! Lohnt sich auch mal reinzuschauen! Nicht wundern, da habe ich noch mein altes Mikrofon! Ich klinge da ein wenig anders! Ja, wenn ihr auf den Amiga-Link Schriftzug klickt, kommt ihr zu meiner Blogseite! Und ja, falls ihr mich noch nicht abonnieren habt! Abonnieren? Ne! Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch noch tun! Wenn ihr wollt natürlich nur! Und ja, viel Spaß weiterhin mit meinen Videos! Tschaui!